BigBlueButton – die Reaktionsleiste nutzen und ein Handheben anzeigen Über die Reaktionsleiste unterhalb der Präsentationsfläche kann man Emojis aktivieren und dadurch Reaktionen anzeigen. Dafür klickt man auf das Icon mit der gehobenen Hand und wählt die passende Reaktion aus. Durch Klick wird das entsprechende Emoji als Animation über die Präsentationsfläche geschickt und wird zeitgleich im Nutzer-Icon sichtbar. Dort bleibt es bis zu einem Timeout von zwei Minuten oder so lange bis es gelöscht wird. Personen in der Rolle Moderator können über das Zahnrad bei der Teilnehmerliste alle Reaktionen auf einmal löschen. Teilnehmende können ihre eigene Reaktion aber auch selbst löschen. Einfach erneut auf die Reaktionsleiste klicken und das Emoji wieder abwählen. Ein Handheben in einer laufenden Webkonferenz wird über das Handheben-Icon angezeigt. Personen in der Rolle Moderator oder Präsentator sehen die gehobene Hand als Pop-up oben rechts und können darauf reagieren und das Ende der Wortmeldung über den Dialog Hände senken anzeigen.